hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde heute verkaufen wir unseren warenbestand an los santos das was wir in unserem bunker haben an los santos das ist das lieferfahrzeug ja du so setzt du mal die wegpunkte wie es am sinnigsten ist okay okay nimmst du südlichen als erstes oder was ich habe den ganz 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 links genommen ganz oben ganz links es ist halt ja schon eine wahnsinnige strecke weil du auf der autobahn fährst nur mal gucken wo diese sind die punkte da 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 wo ist der letzte punkt 1 2 3 4 wo ist der fünfte eine ahnung der fünfte taucht wahrscheinlich am ende auf eigentlich nicht wo wir haben auch gar nicht so viel zeit sage ich mal ja also gas geben ich gebe gas und schießt am besten ich habe keinen bock auf polizei so lange wenn die schießen müssen nicht schießen ja oder ja mache ich so du hast eine mine geworfen ein kann keine mine werfen ich ja ja das fahrzeug kann doch ihnen werfen oder das hat sich nämlich so angehört das hat sich jetzt gerade genauso angehört wie vorhin auch das hat sich die sascha bengst wird gerade die nähe doch nicht bank statement nein ja nein ja nein willst du nicht dass sie gewinnt nein will ich nicht magst du die nicht oder doch aber ich will dass Alexa Bliss gewinnt okay das ist aber nicht nett von dir das ist ein blöder Name ich muss mein Echo echt umbenennen nee warum sagst du nicht einfach zu der anderen sagst du warum sagst du da nicht Schmexabliss ich muss mein Echo echt umbenennen oder Maxabliss oder so keine Ahnung Maxa Maxa und die wird jetzt gepinnt jawoll wusste ich hab ich auch getippt also auf der Dings auf der App oder was nein so einer Facebook Gruppe achso ich hab nur gedacht dass am Ende Mickie James und Alexa Bliss sich gegenüber stehen im Ring okay das war das einzige was ich bisher falsch hatte glaube ich die heult oder zumindest so aussieht als würde sie heulen hat erstmal die Banks gegen die andere geschossen oder was hm oder wer hat als erstes die andere da ja die Banks hat als erstes weil die hat hier nicht gearbeitet also muss sie es gewesen sein der Face würde nicht mal als erstes anfangen der Face würde nicht mal als erstes anfangen ne ich hab das nur irgendwann wo du gesagt hast ach ja die machen das ähm rechts runter irgendwo ja 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 auch weil der zeigt das irgendwie komisch an drück drück x hab ich nixter Punkt oh oh du musst du musst du musst mir trotzdem nächsten Punkt machen ja warte du warte du warte du warte du warte warte eine Chance deserved Sie hat das Erste Elimination Chamber Match für Frauen gewonnen ok Das war das Allererste mhm für Frauen ja gab es noch nie eins nein ein Elimination Chamber Match Juli komisch light kann ich dadurch fahren jane kann sein nächster punkt bitte ja kommt sofort fahr schon mal geradeaus weiter alles gut mal gespannt wo der letzte punkt ist ich auch dass sie jetzt das ist am strand erst mal den hier sicher wow rechts rum rechts rum wie du bist tot warum ist das auto gefahren ich bin tot da stand ich habe selbst begangen ja du hast eine bombe zum explodieren gebracht hinter dir die alte die ganze zeit kuchen doch ich bin z w w w w w w w w so alter das ist so schnell vorbei ich kann einfach nicht nach vorne ballern was machst du denn da? was denn? es kommt so oder so keine polizei wie schön die alle in meine minen rein fahren naja ok bin mal gespannt wo dann der letzte punkt auftaucht weil wir haben nur noch 5 minuten naja warte mal ist Graffeld ein sinniger? ja ne? ja ist es mach ich das auch weiter nach links musst du fahren ja ja jetzt kann ich ja das ding weg machen eigentlich so alter ernsthaft ja fahr mal links so mal weiter nach links 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 ja 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 ich folge der straße gerade so jetzt einfach nur geradeaus wo ist das denn? weiter links ne nicht weiter links doch doch ja genau drauf zu ne bei mir bist du eben gerade nicht drauf zugefahren wenn wenn weiter rechts ne du bist bei mir gerade nicht drauf zugefahren sondern da oben hab's gesehen ja wo soll denn der letzte punkt sein? ich hoffe wir kriegen dann noch ein bisschen Zeit ich gucke jetzt auf der karte jo in der stadt ach du scheiße das könnte man schaffen na ja gucken wir mal wenn du jetzt gleich auf die straße zukommst dann ist es eigentlich nur noch easy auf dem hinweg konntest du bergrunter fahren ja aber jetzt geht es auch nur noch bergrunter so so wie komme ich da am besten hin? geradeaus durch ok da komme ich nicht drüber aber hier komme ich durch ey da runter sollte er hinhauen ja alter warum sind denn immer so Poller im weg ja echt mal im moment fahre ich aber auch überall vor wo ich nur vorfahren kann einfach genau fahr links geradeaus auf die straße drauf links 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 alter mach mich nicht verrückt nein ich mach dich nicht verrückt aber wir haben nur noch zweieinhalb minuten ja für 1,3 kilometer easy cheezy ich hoffe es für dich nicht dass da irgendwas dazwischen kommt so da waren gerade die deutschen kommentatoren echt echt tim gabel und äh calvin löffel ich weiß nicht wie die heißen ich nenne die immer so gabel und löffel ja ich nenne die immer so warum der eine heißt glaube ich Calvin Klee und der andere heißt tim harber oder so warum nennst du die gabel und löffel ich hab bei bei tim harber habe ich am anfang verstanden tim gabel achso oh was was verlasse das verlasse das gesichert verlasse das gebiet ja da hinten sind zwei fahrzeuge wo ach da wir müssen das gebiet verlassen jawoll toll ähm 202.230 äh 5.500 zahl das doch mal ein ey das ist sowas von bescheuert was denn ja bei der motorrad mission verdient man in anführungsstrichen so viel dabei ja ok müssen wir wieder hoch zum bunker aber ja boah 11,6 kilometer gut meine lieben freunde 15 minuten sind rum ich denk mal wir machen das ganze genau so noch einmal ähm nur nicht verkaufen sondern wir werden jetzt den bunker füllen und wir werden noch einmal so eine bunker mission machen die werdet ihr aber hier nach im anschluss sehen als eine einzelne folge denn die fahrt nach oben die müssen wir jetzt nicht unbedingt auf Papier also auf 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 Papier auf Papier bringen genau auf Videomaterial bringen so ich wünsch euch was bis dahin ciao gal tsch tsch tsch